Hallo, mein Name ist Christian Finneberg von der Contao Akademie und in diesem Video zeige ich dir, wie du dich am Backend von Contao anmeldest. Los geht's! Wenn wir nun unsere Inhalte auf unserer Webseite bearbeiten wollen, dann benötigen wir zunächst einen Login in unser System. Das heißt, wir müssen uns mit einem Benutzernamen oder einem Passwort am System anmelden, um überhaupt diese Inhalte verändern zu können, denn sonst könnte das ja jeder machen. Wenn wir jetzt so unsere Webseite aufgerufen haben, dann können wir hier noch nichts bearbeiten. Um nun in den Bearbeitungsmodus zu kommen, müssen wir oben nochmal reinklicken mit der Maus, so dass wir ganz ans Ende unseres Textes kommen. Wir müssen dann einen Schrägstrich erstellen. Den finde ich auf der Tastatur mit der Großschreibtaste, also Umschalt und dann 7. Und zusätzlich tippe ich den Begriff Contao, C-O-N-T-A-O und drücke Enter, also die Return-Taste, um diesen Befehl abzuschicken. Ich lande dann jetzt hier auf dem Backend Login, so nennt sich das. Den Unterschied zwischen Backend und Frontend erkläre ich später. Aber wir haben jetzt hier so eine Anmeldemaske und hier können wir unseren Benutzername und unser Passwort eingeben. Zusätzlich können wir auch noch die Sprache ändern, mit der wir unser System bearbeiten wollen. Das heißt, es könnte theoretisch jemand das in Englisch machen oder in Deutsch. Das betrifft aber nur die Anzeigesprache unserer Benutzeroberfläche, nicht die Inhalte unserer Webseite. In der Regel können wir das allerdings auf Standard lassen. Den Benutzername und das Passwort bekommen wir normalerweise von unserem Webmaster, von unserem Webdesigner oder eben von unserer Agentur. Und der Benutzername und das Passwort ist ganz wichtig zu wissen. Hier wird Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Das bedeutet, wenn mein Benutzername jetzt Christian lautet, dann ist es ein Unterschied, ob ich jetzt Christian mit einem kleinen C oder mit einem großen C schreibe. Genauso ist es natürlich bei meinem Passwort. Wenn ich hier Zeichen habe, die Groß- und Kleinschreibung sind, dann muss ich darauf achten, dass ich das auch genauso eintippe. In meinem Fall ist der Benutzername jetzt mit einem kleinen C und das Passwort werde ich jetzt ebenfalls eintippen. Als kleiner Hinweis, es gibt öfters mal das Problem, dass man denkt, wieso funktioniert denn mein Passwort nicht? Man sollte unbedingt darauf achten, ob man eine Groß-Kleinschreibtaste aktiviert hat. Das heißt, das ist diese Taste links auf der Tastatur, überhalb der Umschalttaste, also der Großschreibtaste oder auch Feststelltaste genannt. Da sollte ich darauf achten, dass eben diese nicht aktiviert ist. Wenn du dann Benutzername und Passwort eingegeben hast, dann kannst du entweder direkt auf Enter drücken, also die Abschicken-Taste auf der Tastatur oder wir gehen hier mit der Maus auf Anmelden. Wenn alles gepasst hat, dann landen wir im sogenannten Backend oder der Verwaltungsoberfläche von Contao und könnten jetzt mit dem nächsten Schritt weitermachen. Ich möchte dir jetzt aber noch zeigen, was passiert, wenn du einen falschen Benutzernamen eingibst. Das heißt, ich gehe wieder auf abmelden und gebe jetzt mal meinen Benutzernamen richtig ein, aber mein Passwort falsch, drücke dann auf Enter. Dann sehen wir hier schon, es kommt einfach eine Fehlermeldung und wir müssen das Ganze nochmal versuchen. Also ich mache das jetzt mal. Das heißt, ich gebe jetzt hier nochmal das Passwort falsch ein, das zweite Mal, gebe das Passwort jetzt ein drittes Mal falsch ein, gebe es jetzt ein viertes Mal falsch ein und beim vierten Versuch heißt jetzt mein Konto ist eben gesperrt. Nach den fünf Minuten können wir uns allerdings wieder ganz normal in unser System anmelden und mit unserem System weiterarbeiten. Ich hoffe, dir hat dieses Video weitergeholfen. Ich würde mich jetzt freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst bei YouTube. Deine Fragen kannst du mir natürlich gern in den Kommentaren schreiben und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann abonniere am besten jetzt unseren Kanal der Contao Academy. Weitere Informationen über Contao und wie du Contao lernen kannst, findest du unter contao-academy.de. Wir sehen uns. Mein Name ist Christian Winneberg und ich helfe dir Contao besser zu verstehen und schneller und effektiver mit Contao zu arbeiten.